Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sven wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neue My Hero Academia Aufträge Woche 2 Nummer 1. Und zwar eliminiere einen Gegner, während du im Schnee oder auf Eis stehst. Einmal und kommen wir direkt zu dem Auftrag. Was wir für den Auftrag brauchen ist irgendeine Waffe und wir müssen hier im Schneegebiet. Also ihr könnt den Auftrag hier nicht abschließen, weil ihr müsst auf Schnee oder auf Eis stehen. Das hier ist Eis und das hier ist Schnee. Ihr schnappt euch egal welche Waffe. Wirklich. So. Es kann eine Pistole, es kann einen Bogen. Egal was. Schnappt euch eine Waffe. Steht einfach auf Eis oder auf Schnee und dann müsst ihr einfach einen Gegner eliminieren, Leute. So, ich öffne mal hier diese Kiste. Jemand schießt mich jetzt schon ab. So. Wir gucken von wo? Da hinten. Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach und pushen ihn. Okay. Da ist noch einer. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr müsst einfach auf Schnee stehen und versuchen dann Gegner zu eliminieren. Hier auf Eis oder auf Schnee. Wie gesagt, Leute. Ihr braucht egal welche Waffe. Steht einfach auf Eis oder Schnee und eliminiert einen Gegner. Klar, habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen, Leute. Und ja, Leute. Ich würde sagen, es war schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst Glauben, die ihr euch nicht mehr verpasst. Damit ich einfach sagen, es war schon mit dem Video. Und ciao. Und rein im Snitch, meine Leute. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020